Mein Name ist Klaus Emmel und ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Emde Gruppe in Nassau. Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Sie sind hoch motiviert und repräsentieren die Erfahrung und das Wissen des Unternehmens. Eine nachhaltige Unternehmensentwicklung funktioniert nur mit zufriedenen, engagierten Mitarbeitern, die sich mit ihrem Unternehmen und ihren Aufgaben identifizieren. Als Team arbeiten wir jeden Tag an der Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen im Sinne unserer Kunden. Mit einem hohen Grad an Eigenverantwortung und einem kollegialen Miteinander leben wir eine positive Unternehmenskultur. Gegenseitiges, offenes Miteinander, als auch der nachhaltige Umgang mit unseren lebenswichtigen Ressourcen ist uns dabei sehr wichtig. Mein Name ist Christian Eul und ich bin Personalleiter der Emde Gruppe. Wenn du engagiert bist und nach einer spannenden Aufgabe suchst, bist du bei Emde genau richtig. Wir bieten als Arbeitgeber in der Region zahlreiche Vorteile. Dazu gehört unter anderem eine gesunde Work-Life-Balance und nachhaltige Entwicklungsmöglichkeit. Das familiäre Arbeitsumfeld bietet beste Voraussetzungen, dich innerhalb der Firmenstruktur weiterzuentwickeln. Viele unserer Führungskräfte haben bereits ihre Ausbildung bei Emde absolviert. Wir haben dein Interesse geweckt? Dann werde Teil unseres Teams und gestalte die Zukunft bei Emde mit. Das stetige Wachstum des Unternehmens voranzutreiben, sind wir immer auf der Suche nach neuen Fachkräften im kaufmännischen, technischen Bereich sowie in der Fertigung. Wir freuen uns auf dich! Mein Name ist Tobias Kohmann. Ich bin heute COO. Ich bin verantwortlich für den ganzen operativen Bereich. Angefangen habe ich nach dem allgemeinen Abitur mit einer normalen Ausbildung als Industriemechaniker. Dann habe ich mich dazu entschlossen, berufsbegleitend zu studieren, Maschinenbau. Und währenddessen war ich hier schon beschäftigt, weiterhin in der Abteilung Konstruktion und auch AV. Bin dann nach dem Studium direkt Abteilungsleiter geworden für AV und Disposition. 2018, also drei, vier Jahre später, bin ich dann noch stellvertretender Fertigungsleiter geworden. Wenn du dich persönlich weiterentwickeln willst, dann komm zu Emde. Hallo Heiko! Hi! Hallo! Und wenn ihr noch mehr zum Thema Ausbildung wissen wollt, das erfahrt ihr gleich. Ausbildung und Studium sind für uns zielfältig. Erfahrung. Weiterbildung. Motivation. Abwechslungsleiter. Interessant. Spaß. Karriere. Ich bin hier echt gern. Ich bin der Heiko Hahn, bin hier ein langjähriger Ausbildungsleiter in der Firma. Der Stellenwert der Ausbildung war hier immer schon extrem hoch, weil wir unsere eigenen Fachkräfte selbst ausgebildet haben. Ja, wir haben also elf verschiedene Ausbildungsberufe, ein großes Portfolio, was auf der Homepage zu sehen ist, über das Online-Portal. Um einige zu nennen, natürlich die dualen Studiengänge, einmal Fachrichtung Maschinenbau und Elektrotechnik. Dementsprechend auch Industriekaufleute, Marketing. Wir haben aber auch den Industriemechaniker, den Zerspaner. Also da gibt es eine vielfältige Möglichkeit, wo auch je nach Schulabschluss man die Möglichkeit hat, reinzufinden. Allein gelassen wird keine. Jeder wird gebraucht, jeder wird gesehen und jeder ist auch ein Teil der Mannschaft, ein Teil des Teams.